ja ihr merkt ich bin vorbereitet nein bin ich nicht gut ich hoffe dass das ganze jetzt irgendwie funktioniert hat aber ich weiß nicht ob das noch mal abgesegnet werden muss von den admins hier das wäre natürlich das wäre natürlich der absolute wahnsinn wie gesagt im schlimmsten fall gebe ich euch den link direkt das könnte ich eigentlich auch gleich mal machen ich hoffe dass das jetzt funktioniert und ich weiß nicht ob die spiele irgendwie abgesegnet werden müssen von gott fehlercode was für ein fehlercode ihr könnt euch nicht registrieren das ist mir ihr seht ja bei mir funktioniert dass ich kann auch auf die rangliste zugreifen und das spielen auch schon scheinbar welche ach so einfach mal spielen okay okay das ist interessant warum ist das jetzt so failed load audio wind 4 okay ich muss mal kurz gucken ob die existieren so dann werde ich noch mal neu uploaden nächster fehler das gibt es doch nicht was ist denn diesmal falsch doch eine damage 3 ogg nicht gefunden jetzt fehlt die nächste datei das gibt es doch einfach nicht online leute nein 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 so also online spielen könnt ihr gar nicht ist das richtig habe ich das richtig verstanden und dann bekommt ihr neuen download link zum hundertsten mal also es haben sich auf jeden fall schon acht leute einloggen können wartet mal kurz ich bin mal kurz weg ich gucke mal schnell was die mimi macht irgendwie könnte ich das problem nicht lösen erstaunlicherweise ich befürchte dass im schlimmsten fall sich vielleicht nur acht leute registrieren können tatsächlich ohne witz als ich das spiel getestet habe habe ich glaube ich wirklich nur acht accounts oder sieben mal stellt oder so also kam ich nie an eine grenze ja steht auch undefiniert ich kam nie an eine grenze und das ist halt das problem denke ich mal spiele ich auf dem anderen bildschirm ich versuche mal rüber zu schieben beim spielen und das hat natürlich nicht geklappt und jetzt jetzt klappt es auch wieder ohne error genau ok was der kias es sind jetzt neun spieler äh äh leute wort wie hat es der kias geschafft sich anzumelden ähm ähm herr kias ähm wenn du äh hier irgendwie gerade zuhörst was wie warte fuck wie wie warte was wo kommt äh tatsächlich jetzt ins 10 pudding ist noch neu dazu gekommen wort und kalastelio hat schon 6000 punkte ich glaube auch ja ist richtig also na egal ich muss jetzt auf jeden fall auch mal eine runde spielen nochmal wir haben scheinbar das problem mehr oder weniger gelöst und ich versuche jetzt hier mal kurz auf platz eins zu kommen das kann nicht so lange dauern aber beim reden und gleichzeitig spielen ist ein bisschen knifflig ähm vor allem habe ich mit der falschen hand gespielt mit der linken was ich bin auf dem letzten platz oh nein das ist doch nicht dein ernst ich bin gleich wieder im chat leute also ich gucke gleich mal wieder mal was ihr so schönes schreibt aber ich habe gerade keine zeit beim spielen gleichzeitig mal rüber zu gucken ich habe schon angst zu blinzeln bei höheren geschwindigkeiten also ab 4000 ähm habe ich schon angst zu blinzeln also von daher also ab 6000 wird es richtig brutal das muss ich ganz ehrlich eingestehen da darf man wirklich nichts falsch drücken ich habe schon ein bisschen abgeschwächt vorher war das noch ein bisschen schwerer bei 6000 aber das war dann zu hart so jetzt habe ich eine stunde damit verbracht das spiel zu fixen und dann ging es plötzlich von ganz alleine wieder versuchen wir jetzt wieder auf platz eins warte ist die rang ist ist kalastelio wieder gestiegen wort der frick das gibt's doch nicht was für ein betrüger dann klickt ihr einfach hier auf dann f hier steht mein name da klickt ihr drauf und da ihr downloads spiele datenbank und dann habt ihr es schon hier flap im wie hier steht dann mein name hier klickt ihr drauf und dann hier war dieses männchen und da könnt ihr mir eine freundschaftsanfrage senden und das könnt ihr natürlich gerne tun und die werde ich auch alle annehmen wie gesagt ab 6000 wird es richtig brutal da müsste man mit klebestreifen an den augen spielen damit man nicht zwinkert das ist echt der absolute wahnsinn aber das wusste ich ja vorher schon und wie gesagt ich hatte es schon 8000 mal aber das hat das war nur ein glücksfall das war wirklich pures glück ich gebe nicht kampflos auf okay leute ich gebe mir noch mühe also gebt euch auch mühe also kalastelio ich will von dir mindestens 7000 punkte sehen ich weiß auch das puddingreflexe wie eine katze hat kalastelio schafft nicht mehr als die 6800 das ist die chance für dich kias und die chance für dich nemmenes kalastelio willst wohl nicht der willst nicht wissen ich bin auf jeden fall eingeloggt mein name steht dort also ihr könnt ihn hier so rechts sehen hier ja es ist gerade ganz schön schwer mit links zu spielen und mit rechts den mauszeiger zu bewegen aber ich kann beides gleichzeitig wie ihr seht so gut bin ich konzentriert okay ja die 6800 habe ich auch sicher okay ich bin nein 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 das ist noch nicht dein ernst jetzt okay kalastelio du hast eine sekunde länger gelebt als ich das gibt wow mimi gefällt flappy mv habe ich mir gedacht mir nämlich auch und project projekt g ups projekt g wäre dann mein nächstes spiel was 8900 oh ich bin fast vom stuhl gekippt als ich das gerade gesehen habe 8900 kalastelio wolltest du nicht deine augen ausruhen oh kommentar cool kommentare lese ich gerne herausfordernd und motivierend zugleich ich werde so schnell nicht von dem game loskommen löl verneigen vor dem könig grotten olme könig grotten olme egal ich like das ist cool und kalastelio kannst du auch noch einen kommentar hinterlassen dass du der gottslayer of don bist alter schwede du bist der absolute don slayer du bist offiziell anerkannter don slayer der einzige der mich besiegen kann okay leute ähm abonniert bitte auch pegismo ähm pegismo bitte auch abonnieren da ähm ganz netter kerl da er macht ace tutorials äh ace wer mag schon den ace ne 900 und das ist ja nun mal ähm bei den meisten das Hauptproblem dass da kein größerer abstand kommt der jetzt zum beispiel so groß ist hier wie hoch ist da die wahrscheinlichkeit guck mal bei mir kommt das im grunde ständig vor gut jetzt kommt es mal fünf mal hintereinander nicht aber oder sechs mal hintereinander aber dann geht es gleich wieder los so jetzt kommen schon wieder die großen abstände dass die wahrscheinlichkeit dass das jetzt 3000 und über 3000 punkte lang in folge nicht kommt ist eigentlich sehr ungere ich meine sehr unwahrscheinlich also dass er 8900 hat wenn er jetzt sagen wir mal 7000 hätte würde ich sagen ja okay gut das kann Zufall gewesen aber 8900 ist kein Zufall mehr leute das ist doch what the das ist doch dann what the ähm schon können gleich what the neminis hat die gleiche Punktzahl wie ich nein äh lustigerweise ist er jetzt blau markiert das ist witzig okay das ist ein kleiner bug muss ich mir mal merken ähm wahrscheinlich weil wir beide jetzt auf dem zweiten Platz stehen versteht jetzt der ähm ähm Programmcode nicht dass ähm dass das 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 ich nicht der Zweitplatzierte bin ähm danke lady xiao ich kann den Namen nicht aussprechen aber ich sag lady xiao das wird schon stimmen du hast mich nein 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 ich bin auf Platz 4 nein 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 drücken müssen ja 7000 8900 okay kommt schon leute beobachtet wie ich 8900 besiege das war knapp 8900 ist das Ziel kommt schon ihr könnt jetzt live sehen wie ich versage wie ich versage achso für streamlikes gibt es nix ihr habt schon 10 streamlikes für streamlikes gibt es nix für streamlikes gibt es nicht doch ihr macht mich glücklich Leute das ist doch das ist doch auch mal schön oder einfach mal Menschen glücklich machen was wartet 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 Leute wie warte 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 was hat mal kurz geschafft hat er hat er den Rekord geschafft bin ich noch eingeloggt nein ich bin nicht eingeloggt Warum bin ich nicht eingeloggt? Habe ich das Spiel vorhin zugemacht aus Versehen? Oh nein. Das kann es doch jetzt nicht sein. Hat er es geschafft? Ja, das Game hypnotisiert total. Das ist der absolute Wahnsinn. Was? 9600! Was? Was? Over 9000! It's over 9000! What the frick! Oh mein Gott! Was? Over 9000! Okay, Kalastelio, du hast deinen ersten Platz verloren. What the frick! Ich weiß noch mal kurz, wo du dich vorhin aufgeregt hast. Oh, was? Ich habe hier eine Stunde Spielzeit verloren. Das ist doch unfair. Es ist Betrug! Alles Betrug! Und jetzt so. Erster Platz, erster Platz, erster Platz! Was halt richtig geil ist. Oder richtig verstörend ist. Wie wenn man so schnell spielt, also so weit kommt, wie dann plötzlich wirklich die ganze Welt um sich herum sich verschiebt. Das ist so lustig. Wie schon mal kurz sagt, dass das Spiel so richtig hypnotisiert. Das ist übelstwitzig. Wie das Gehirn versucht entgegenzurechnen. Die Bewegung. Und wenn das Spiel dann aus ist und sich plötzlich nichts mehr bewegt, dass sich dann plötzlich trotzdem noch alles weiter bewegt. Das ist übelstwitzig. Pudding ist Platz 4. Was? Pudding 7800. Oh my gosh. Okay. Okay, Leute. Endsport. Ich gebe euch noch bis 18.15 Uhr Zeit. Also noch fast eine halbe Stunde. Was willst du haben, wenn du die 10.000 schaffst? Was willst du haben? Ich bin bereit, dir noch einen extra Preis zu geben. Du weißt, was ich will. What the fuck? Nicht so schmutzig denken. 40.000 Euro. Nein. 14.000 Euro. 14.000 Euro. Ja, wenn du 14.000 Punkte schaffst, dann gebe ich dir vielleicht 14.000 Euro. Als ob ich dir 14.000 Euro gebe. Pudding wollen wir ihm 14.000 Euro geben. Also ich bin dagegen. Aber er hat zwar dient vom Prinz. Wenn er die 10.000 Punkte kriegt, dann hat er es verdient. Aber ich kann ihm keine 14.000 Glocken geben. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Alter, das wäre ja verrückt. Ich muss nochmal gucken. Wie viel hat er mal kurz nochmal? Was? Was? Kalostelio! 12? Was? Das! Ey, das! Das! Was? Kommt, Leute! Gebt's zu, ihr schummelt! Ja! Was? Was? Ach ja, irgendwann gewöhnt man sich an die Geschwindigkeit. What the fuck? 12.900? Was ist denn bei euch nicht in Ordnung? So. 10 Likes! Meist gelikedes Spiel auf RPGmaker-mv- Minus... Nee, RPGmaker-mv.de Rekord! Okay, ähm... Ich werde auf jeden Fall das Pace-Revival machen. Alter, Verwalter! Alleine schon für die 12... Ey, das ist der Wahnsinn. Irgendwann gewöhnt man sich an die Geschwindigkeit. Ohohohoho! Ich nicht! Ich nicht, Leute! Und viele andere auch nicht. Irgendwann gewöhnt man sich an die Geschwindigkeit. Ich glaube, ihr könnt mich morgen in die Klapse einweisen. Oh, ich wollte gerade trinken. Dann gucke ich in den Chat und sehe... Wie mal kurz sie mit ausrastet und bespuckt mich hier volle Kanne. Oh, scheiße! Mann, das Zeug klebt. Oh, das ist Fanta, Leute. Oh, ii. Mmh. Scheiße. Bringt mich doch nicht zum Lachen, wenn ich trinken will. Ich wollte es nochmal spannend machen. Das ist aber nicht mehr spannend. Hättest du nicht bei 10.000 sterben können? Alter, Verwalter! Okay, 8.000 ist mein Ziel. 2.600, geil. Mal kurz 11.000. Das ist doch krank, Mann. Kopf an Kopf, renn eins auf. Ihr seid so gestört, Leute. Ihr seid so gestört. Was? 13.009? Das gibt's nicht. Das gibt's doch nicht. Was ist bei euch nicht in Ordnung? Alter, ihr habt noch Zeit. 15 Minuten. 15 Minuten noch. Aber ohne Witz, alle anderen können eigentlich aufhören zu spielen. Das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich. Du magst das schnelle mehr als das langsame. Ähm, in welchem Zusammenhang. Also wir reden jetzt hier vom Spiel, oder? Nicht von irgendwelchen anderen Sachen. Das ist, das ist absolut lächerlich. Ich brauch's gar nicht mehr versuchen. Eigentlich wollte ich Erster werden. Das war mein Ziel, aber... Die beiden, die haben gesagt, nein. Hold my flappy. Ohne Witz. What the fuck, man? Ich kann das nicht mehr. Ich bin nicht konzentriert. Der absolute Wahnsinn, was ihr leistet. Das ist so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wie Kalastelio schon gesagt hat. Oh, das ist übelst, das Kopf-an-Kopf-Rennen. Wie gesagt, lasst doch im Forum noch einen Kommentar, wie ihr das Spiel so fandet. Ähm, ja. Mal kurz hat's natürlich nochmal geschafft, seinen Rekord zu brechen. Was ist denn das? Wie geht das denn? Das ist doch nicht normal, Leute. Sechs Minuten noch. Da oben steht der Countdown. Oh. Und da war ich tot. Meine Augen brennen voll. Jetzt übertreib nicht, okay? Nicht übertreiben. Dude. Fahre ein bisschen runter. Fahre ein bisschen runter. Also, wir haben noch vier Minuten. Ab jetzt exakt vier Minuten, dann ist es durch. Und meine Hand vibriert. Und meine Hand vibriert. Was? Er hat nochmal den Rekord geschafft. Nochmal. Er hat ihn ja nochmal erhöht. Was? Mal kurz, was ist denn... Was ist denn bei dir nicht in Ordnung? Leute. Das ist krank, oder? Okay, das ist jetzt das Beste. Wie kommt man in die Top Ten Tutorial? Hier ist ein Loch. Und da ist ein Loch. Und du fliegst immer durch die Löcher. Also, den Wänden musst du versuchen auszuweichen. Wenn nicht der Hintergrund ein bisschen irritiert, kannst du den deaktivieren. Weil da sind auch Wände zu sehen. Nicht, dass dich das irgendwie irritiert. Du musst immer die vorderen, die helleren Wände beachten. Und da durch die Löcher fliegen. Das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Hier, ich zeige dir das. Wie viele Punkte braucht man, um in die Top Ten zu kommen? 5.000? Guck mal, ich habe schon die Hälfte. Und das einfach nur durch die Löcher fliegen. Das ist nicht schwierig. So, jetzt bin ich schon bei 3.000. Jetzt wird es ein bisschen schneller. Wie du siehst. Und ich bin tot. Okay, gut, das war ein schlechtes Tutorial. Wie, du schaffst nicht mehr als 2.000. Das kann doch nicht sein. Selbst meine Tutorials waren besser. Und wenn ich dann sterbe und die Top Ten zählen dann. Also auf gut Deutsch, versucht, wenn ihr jetzt 14.000 Punkte habt, vor mir zu sterben. Sonst werden die nicht mehr gewertet. Also nicht auf 15.000, 16.000, 18.000 erhöhen oder so. Sterbt vor mir. Also auf gut Deutsch, wer jetzt nach mir stirbt, kommt nicht mehr in die Wertung. Die Top Ten, die bei mir jetzt, genau jetzt angezeigt werden, die sind die Wertung. Okay. Das war's. Wir haben einen Flappy-MV-Champion. Nein. Er hat es nicht geschafft. Du bist offizieller Champion. Du bist offizieller Flappy-MV-Champion. Applaus, Applaus. Auf Platz 1. Mal kurz. Er wird in meinem nächsten Spiel die Hauptrolle. Wenn er es denn möchte. Mal kurz. Willst du die Hauptrolle haben in meinem nächsten Spiel? Dann bestätige jetzt mit Ja. Was? Hauptrolle? Du wusstest nicht, wofür du spielst, oder? Ja, die Hauptrolle in meinem nächsten Spiel. Also quasi... Das habe ich ganz am Anfang gesagt. Also, er wusste nicht mal, wofür er spielt. Leute, habt ihr das gemerkt? Er hat das nur für Ruhm und Ehre gemacht. Du hast gemutet, wenn du ingame warst. Okay. Gut. Und dadurch, dass du 13.000... Also fast 14.000 Punkte hattest, warst du eine ganze Weile ingame, würde ich mal sagen. Du warst sicherlich eine ganze, ganze Weile ingame. Ja, das zählt aber nicht, Pegisimo. Du hast Pech. Was soll ich denn machen? Das ist gegen die Regeln. Tatsächlich, du hast es geschafft. Aber das war zu spät. Das war zu spät. Quayuzzi hat es geschafft. Tut mir leid. Quayuzzi, du bist drin. Es ist okay. Okay, ich nehme dich auch noch mit rein und Quayuzzi. Okay, ich nehme euch beide rein. Das ist fair, okay? Leute, dann ist niemand traurig. Oder? Okay, also wenn alle sagen, es ist fair, dann ist es fair. Ähm, Katastelio, ich danke euch nicht... Also, mir müsst ihr nicht danken. Ich danke euch, dass ihr mitgemacht habt. Ich bin dann weg. Bis zum nächsten Mal. War witzig, auf jeden Fall. Das nächste Projekt werde ich dann auch wieder ab und zu mal livestreamen, aber nicht komplett. Also, FlappyMV habe ich ja fast komplett live gemacht. Und das nächste werde ich nicht ganz komplett machen, okay? Bin weg. Tschüssi, Li. Mal kurz, du bist der Champion. Male Champion! Mal可mund im Che Grand Mal〈 Podcast E CPire Champion! Vielen Dank.